Ja, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's-Show-Projekt und zwar Mario vs. Donkey Kong. Dieses Spiel kommt diesen Monat raus. Und deswegen schauen wir uns das Ganze an. Wie immer ein Spiel haben? Ähm, mit dem Klassisch. Wie immer ein Spiel ist. 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 Okay, und los. Wie immer ein Spiel ist. 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 Sprungfeder. Okay. Ah, so funktioniert das. Okay. Muss nur hinlaufen, nicht werfen. Auf dir kann ich nicht draufhüpfen? Gehne aufheben und werfen. Aber wie nah muss ich an den Gegner ran, um ihn aufheben zu können? Oder man so. Ich muss zuerst auf ihn draufhüpfen, okay? Okay. Mama mia! Okay, kompliziert anscheinend für mich. Ich bin der Lippen. Wow. 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 Perfekt! Wieso wurde Level 2 jetzt nicht freigeschaltet? Gehen wir halt in Level 3. Oh! Handschwübel und Sprung! Oh! Mamma mia! Ja! Muss ich glaube ich zuerst den Schalter aktivieren. Oh! 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 Mama mia! Ich hab's geahnt. Oh! 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 Oh, Mama Mia! Okay. Oh, Mama Mia! Oh, Mama Mia! Oh, Mama Mia! Oh, Mama Mia! Okay, den Abstand hab ich jetzt geschafft. Oh, Mama Mia! 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 Das war's für heute. Das sind irgendwie immer dieselben Spielzeugfiguren. Das gibt unterschiedliche, aber offenbar nicht. Und dann spüren wir Level 5. Hochwerfen. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab noch Zeitdruck hier. Oh, Mama Mia, Time's up! Na toll. Oh, Mama Mia, Time's up! 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 Oh, oh, oh. Oh. Woo-hoo! Oh. 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 Ja! Ja! Oh! 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 Mama mia! Mhm. Oh! 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 Yeah! Pon! He it! Oh! OK! Yeah! Oh! Oh! Ah! Oh Oh Ich habe gedacht, ich brauche den Mülltonnen Dann offenbar nicht Mario und Co und Spielzeuge Leite die Mini-Marriors zu den Buchstabenblöcken Oh 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 Irgendwie Oh 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 Okay, my critic is level Oh, yeah Perfekt Weißt du, ein Knobel im Plattformgeschick in zahlreichen Welten Weißt du, ein Knobel im Plattformgeschick in zahlreichen Welten Wie können wir es in den Zweispiele-Modus? Nein, ich möchte nicht zu Nintendo eShop! Schnell durch Donkey Kong in spannenden Bosskämpfen. Du weißt in Konolo am Plattform-Geschicken über 130 Level. Ein neues Spielerlebnis mit mehreren Spielen-Modien. Rette alle Mini-Marios. Spiele mit einem Freund im lokalen Co-op-Modus. Eine gezahlreiche Bonus-Level. Okay, dann war es das mit Mario vs. Donkey Kong. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ob ich es mir jetzt zum Release holen werde, weiß ich noch nicht. Was auf jeden Fall mich halt mehr interessiert, ist das Peach-Spiel, was nächsten Monat rauskommt. Aber ich werde mal schauen, was ich tun werde. Also ich würde sagen, wir sind wieder bei meinem nächsten Video. Also bis dahin. Ciao, ciao!